Laufst du das Band? Ja, ja, das. Dann losjön. Dag, Hermann. Dag, Gaulein. Dag, lef, lüg, schat, soos, und unger, weis. Hörens, Hermann. Ach, dat is aber schön. Wer hätt dann hück Geburtstag? Ich nicht. Wir sprechen doch hück über den Muttertag. Muttertag? Ach ja, hätt dann noch so ein Röhmchen? Oh, da hättet ganz viel. Und eins kitsche ja wie das Nächste. Ich lässt noch eins für. Wat soll ich dir sagen? Wat soll ich dir geben? Ich hätt ja eisch ein ganz jung leben. Doch hätt ich ein Hetz, wat fühlt und seht, ich hätt dich sehen, bis froh und alläht. Wurdst du auch so jetzt auswendig Lehre im Kinderjahr? Nicht, dass ich im Kinderjahr ist, ich war zwei Tage im Kinderjahr. Da hat die Beging, das war ja damals alles ein Verwasch, oder wo, das war keine Kinderjahr, da wie hück. Da wurden die Bands wirklich nur verwahrt. Da war ein Beging. Das muss verklören, was ein Beging ist. Ja, das ist so ein Stuga. Also da sind die Schwestern mit den großen, ja, was sind das, die gestärkten, wie sie Dinger da, die sie im Kopf hatten. Das waren die Stukas, hätt man gesagt. Ja. Aber die Beginge sind grundsätzlich Ordensschwestern. Ja, das stimmt nicht so, Jans Beginge sind nicht Schwestern, aber man sieht das auf Kölsch. In Kölsch ist man nicht so gebildet, alles was so wie es geklebt war, wie ein Non, das war in Begingen, auch wenn es kein Beging war. Ja, und die haben dich am Kinderjahr da raus geschmissen? Nein, die haben mich so nicht da raus geschmissen. Ich war zwei Dächter, das war so jetzt von langweilig. Ich weiß, noch am Mittagessen war das lange dicht. Ob der eine siegt, es waren zehn Kinder und ob der andere siegt zehn Kinder. So lange war das dicht. Dann wurde ich riesig bei dir gegessen. Und wenn der auch geschlappt war, wurde eine Teller aufgerümmt und dann macht jedes Kind, Mädchen, auch Jungen, den Arm verschränken um dich und dann den Kopf auf den Tisch legen. Und das war mir so langweilig. Dann sollte man schlafen. Ich hatte doch keine Lust für zu schlafen. Warum? Ich war ja nicht mit. Da bin ich ganz höch aufgestanden. Ich bin einfach der lange dicht. Je jange ganz leise. Ich habe keinem, ob der Füße oder Finger, ob der Hänge getroffen hat. Aber der Schwester, der Beging hat, hat irgendwie nicht gefallen. Und am nächsten Tag hat meine Mama mich wieder hingebart. Und der Täti beging und sagt, hören Sie mal, Ihr Sohn, der muss nie mal ab. Also das heißt, ich habe den ganzen Frühmittag gesessen, ohne dass ich in der Bootsche Maat dann auf der Söns in der Ecke gepinkert hätte. Und da hat meine Mama gemerkt, der Beging gefällt irgendwie, mich bin immer nicht, dass ich über den Tisch gelaufen bin. Das war mir ein Besuch im Kinderjahr. Und was ich davon behalten habe, aber es trifft nicht aus dem Kinderjahr. Ich bin ein kleines Stümpchen und ein bisschen ein Klümpchen. Und das ging noch viel weiter. Aber das heißt, du merkst, ich habe nichts auswendiges gelernt. Du hast ja gelöst. Du hast ja viel gelöst. Ich muss jedes Jahr so jetzt lernen. Und manchmal wurde das dann auch noch mit so einem Versprechen verbunden. Ich lässt dir jetzt noch das Letzte für immer. Das ist wirklich das Letzte. Das wird einem richtig schlecht. Ach, mir lef, klein, Mütterlein, stell dir das für Mütterlein, für ein Usje-Wasse-Frau. Ach, mir lef, klein, Mütterlein, lass dir jetzt erzählen. Mein hängen, die sind ja jetzt noch klein und können nichts wie Spille. Doch, wann ich ins Größer bin, den hängen sich Reste solle, dann hann ich für die Zick im Sinn, dann sollst du dich erholen. Ach, das ist aber doch auch ein Schläf. Ach, das ist doch kitschig. Wie, wenn man dann all die Arbeit macht, die früher die Mama gemacht hat, oder vielleicht hoffentlich auch der Papa. Das war doch schrecklich. Das war so etwas Künstliches. Das ganze Jahr hat man sich das irgendwelche Falle lassen. Das war ganz natürlich. Die Mama hat der Kram gemacht, die Papa ging arbeiten. Und dann eine Tag, alles künstlich. Mord mal früh aufstehen, sich ganz ruhig eintrecken, und dann da durchstecken, und Kaffee kochen, was schwierig war. Und das ist doch alles irgendwie nicht echt gewesen. Ja, was du jetzt ja nicht aufgezählt hast, ja, wird keine Blume. Ach, das noch. Ja, die hat mein Vater gekauft, oder mir haben sie geplückt. Er war trotzdem nicht schön. Ich durfte den ganzen Tag meine Schwester nicht senken. Ja, was hat das jetzt mit der Kirche zu tun? Hat die Kirche das erfungen, oder wie sieht das aus? Also, sie war sicher nicht der Jähe. Ich war ja auch bei der Begänge im Kinderjahr, und da moit man jedes Jahr so eine Rühmsche lehren, und man kreit auch gesagt, dass man echt brav sein sollt an dem Tag. Ach, sich an. Die katholische Kirche hätte das also doch jetzt für die Frauen getan, ne? Da sieht man das für die Frauen. Sie sollen die Frauen machen lassen. Aber das ist ein anderes Thema. Also, wir kommen besser wieder zurück auf der Mutterdach, ne? Ja, ich schwöre. Also, es war nämlich auch keine katholische Frau, die das Ganze an den Lauf gebraten hat, hat nicht gefunden. Das war eine Methodistin. Das war in Amerika, und das war eine Frau, Anna Maria Jervis, und die hat das einfach nicht für die Mama gemacht, die am Leben war. Die hat Lück eingeladen, an seine Mama zu denken, wie die alle zwei Jahre tut war. Wann war das ungefähr? In welchem Jahr? Da warst du noch nicht auf der Welt. Das war 1907. Ja, stimmt. Da war ich noch irgendwo. Also, die hat sich jedenfalls dafür eingesetzt, dass in der Gemeinde auch andere Lück das gemacht haben, dass die auch an der Mama gedacht haben, auch an der Mama, die noch lebendig war. Und so ist das dann wieder gegangen, ganz flieg. Und die Lück waren ganz begeistert davon. Und 1914, der Jahr wird das alt, als nationaler Vierdach, in ganz Amerika. Das ging arschflug. Ich höre an. Und wie ging das dann wieder in Deutschland? Wann haben wir dann da den Muttertag? Ja, da waren die Blumenhändler dran. Die haben das obgegriffen. Also, man sieht, das hört manchmal als Witz. Der Muttertag hat die Blumenhändler erfungen. Aber das ist ja nicht wahr. Die haben wirklich Werbung gemacht. Da haben dann so Plakate, ehren die Mütter. Und dann haben natürlich das Glück von den Nazis, die haben ganz viel davon vorangetrieben. Ja, das geht mir erst bekannt für. Die haben auch das Mutterkreuz erfungen. Das Mutterkreuz. Je mehr Kinder, je mehr, je mehr, dann das Mutterkreuz verliehen. Warum? Der Drecksack, ich spreche vom Hitler, Entschuldigung. Nein, ich entschuldige mich auch nicht dafür. Denen jingen da drum, Nachwuchs für den Krieg. Also, ich kriege ja wieder eine Decke Hals. Dafür wollte er nicht Mutterkreuz erfungen. Erre die Mutter, ne? Das hat ja nichts mit der Mutterliebe auf so ihr zu tun. Die wollte nur Nachwuchs für ihre Soldaten haben. Du merkst, ich werde wieder wütig. Und arische Glück wollten sie auch haben, ne? Ja, also, das ist wirklich tragisch. Das ist nichts zum Lachen. Arische Kinder, arische Mütter sollten arische Kinder, was heißt das überhaupt, der Stürz, was ist dann arisch? Weil ich das schon kriege, kriege ja wieder eine Decke Hals. Können wir nicht jetzt von dem Schönem sprechen. Ja, das war eine wirkliche Bärmaschine. Ist ja auch kein Wunder, in der DDR damals haben sie den Muttertag ja nicht wieder geführt. Da war dann mir der internationale Tag von der Frau am 8. März. Das ist ja auch viel besser. Ja, das war ja wenigstens jetzt Ehrliches. Also, ich habe das mit meinen Pens nie wieder geführt. Die Mütter keine Idee, ob ich sage, die Mütter nicht besonders Lefsinn oder besonders Obrüme oder so jetzt. Manchmal haben sie auch im Kinderjahr so jetzt gelernt, aber ich konnte es nicht liegen und da wollte ich auch für die Pens der ganze Kram nicht haben. Ja, das passt ja auch ja nicht mehr höchst in die Zigarren. Boah, Hermann, du bist ja richtig politisch, das ist ja doll. Also, so in dem Sinn von dem Slogan schenkt mir kein Blömscher, schenkt mir ein Lobby. Das finde ich echt gut. Ich habe nicht nötig gehoht. In Deutschland kriegen die Frau weniger wie 20 Prozent, nee, 20 Prozent weniger Gehalt wie die Kerl. Das ist der Gender Pay Gap, wie man auf Köln sagt. Das ist doch echt bedroff. das ist bedroff. Das ist bedroff, wollte ich sagen. Und dann mit ein paar Blömscher und ein bisschen Lefsinn ist es ja nicht gedonnen. Nee, du hast recht. Aber trotzdem Blömscher und ein Neuverständnis könnte ja trotzdem zusammenpassen. Aber dann fingst du auch sicher der Vater da, der so genannte Vater da nicht gut, oder? Fingst du der dann gut? Nee, auch nicht. Ich muss so ja wieder sein, ich nie mit gemacht. Also ich will gerne Mann und Vater auf die Füße treten. Aber da ist Christi Himmelfahrt, nicht des Vaters, Himmelfahrt, der lebt ja noch. Da wird mit der Familie jetzt gemacht. Da haben sie ja alle frei. Und nicht die Mädels jetzt in Boller waren da ihr bitter Menschen Stiefel und dann mit so in Äfferen sind sie halt besoffen. Und dann kommen besoffen heben ob alle Vierer. Dass sie sich nicht hängen trittet, ist dann auch dass sie wieder dahehen sind. Ich glaube wer das hört, der hätte ich demnächst noch als richtiger Aktivist engagiere. So oldies for future oder so Christi Himmelfahrt ich meine grundsätzlich wurde ja früher so die lücken ja keine Woche hat und dann sind sie auch samstags arbeiten und deshalb wird viel vier die ganze Namensdage und so wo dann mir geführt wie Arbeit wurde wie der Zinterklaas und so und so Christi Himmelfahrt auch so jetzt gemacht sind sie in die Röns und in Felder und haben dann der J gebetet doch das Obst und das Gemüse und was sonst rief werde liest und das haben die Kerzen einfach abgegriffen und der Vater dacht russ gemacht ja so ist der Ursprung vom Vater dach in Deutschland ich glaube der Lied ist auch nicht so genau fast lege das Christi Himmelfahrt Hansel Luther datiert ja überhaupt das ist interessant Hermann mit dem Himmelfahrt du hast hat ebenso gesagt der ist ja noch tot und ist noch am level hast du gesagt es geht ja auch dass sie in Himmel geholt haben also vom Romulus für Beispiel der Rom gegründet haben sie das auch verzeiht der wäre in Himmel gefahren und das sollte ja nur dafür da sind dass sie nachher daraus eine J machen konnte also das ja wird auch La Ben die Lück einfach nur erzählen weil das so unterschiedlich ist ich hab das früher immer komisch gefangen sie erzählen auch dass der Prophet Mohammed in der Himmel gefahren ist von Jerusalem aus und hätte im Himmel alles gesehen was wichtig war für seine Sendung und konnte dann die Menschen genau erzählen wo sie drauf passen mochte und der Jesus das ist ein anderer erzähl der Mohammed war noch lebendig und ist und von der Duden abgestanden ist ich hab das als Kind nie verstanden weil ich dachte ist ja komisch wenn er alt ist und abgestanden ist dann muss er doch beim Levi sind wieso fährt er noch in Himmel und ich später wie ich mich vom Hospiz und vom Abschied und vom Bedrof sind verstanden dann hab ich mir dazu verklärt dass die Zikjof wo Jesus erschienen ist und hätt ihnen noch jetzt gesaat und das hätt dann irgendwann abgeholt dann sie merkt der ist in der Art und wie ist nicht mehr bei uns every schläft das führt jetzt ein bisschen zu weg wir war ja ähnlich noch bei dem Vatertag hast du uns zu Vatertag geschenkt kann mich nicht erinnern wann überhaupt ich hoffe ja socken nicht an oder hat sie jetzt für die jahre geschenkt ich weiß nicht also im internet haben sie für geschlagen man soll fanartikel verschenken vom fc oder so oder Werkzeug also genau wieder das alle klischee ist wirklich schrecklich ist nicht schön mit dem Vatertag möcht man vielleicht jetzt ganz neues erfinden jetzt haben wir uns erst verjallopiert jetzt sind wir wieder beim Vatertag wir wollten jetzt sagen vom Muttertag und dann vom Muttertag in Kölle und von der Mann für uns Kölsche müssen wir wieder irgendwie den Kopf kriegen also sprechen wir doch von der Mutter von der Kölsche von unserem Agrippina ja 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 war war wichtig für Kölle Agrippina ja ja die Kölsche hieß ja ganz lang einfach nur der Agrippinenser ja weil Köln auch anstatt Kölle wird Agrippa geworden Agrippa war ja eine Politiker das war ja gut aber ist ja erst verwandte Namen Agrippa ist ein Männer Name Agrippina eine Frau Name ja das war ja dem sie Enkelmädchen deshalb hieß das doch so ja sag es wie wann Enkelmädchen Hermannina heißen das ja 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 da kommen wir jetzt wieder von auf ähnlich ist ja nicht fair wenn man sagt Agrippina und stadt gegründet hat wird war nämlich der Großvater das wurde Agrippa und muss man vielleicht ein bisschen aus holle hier waren ja ähnlich die Gallier also wenn man so will dem Asterix singen lüge und die hatten keine Lust beim Cäsar mitzumachen und römische Provinz zu werden und da die ganze lüge die war die Eburonen hätte dort gemacht und da alles und so schön fleckige ät und der Agrippa der hätte einen Platz für seine Soldaten gesorgt und hätte dann die U-Bier gezahlt und dann sind die gekommen und das seht ihr auch die Schmidtsyl in der Altstadt da steht ja drauf die U-Bier und die römische Soldaten das waren die Urjuselderen von der Frau Schmidts Ich dachte richtig immer dass die U-Bier von Schäle Sieg gekommen sind ja kommen sie und das war dann das Opidum also die Landstadt Opidum U-Biorum und es war klein und es hat auch nicht das rechte gehabt wie so eine Stadt wie Rom und dann später war der Germanicus und hat residiert im Praetorium und das war der Vater von Agrippina und ist dann hier geboren man weiß nicht Opidum auf die Welt gekommen ja und soviel ich weiß so im 37 warum Christus versteht sich er hätte Agrippina er ist der einzige Sohn geboren der besser ungeboren geblieben war warum das war der Nero der später Rom in Brand gestochen hat das wollte man jetzt nicht erzählen ja doch der ist ja auch der Nero ist ja wirklich eine fiese Mömmers ever der Hanse trotzdem ob der Ton vom Rottus drob gemalt da ist neben der Fior vom ist noch nicht gesehen der Nero am Rottus sicher dat und der ist neben dem Agrippina da steht Ros drob senatus populus quere romanus spqr und der Neve sieht man so ein Kind mit einer Fackel in der Hand achso da war Rottnauer Kind ok der hat eine andere Waffel gehad der hat auch ein Paet in der Senat geholt also der war wirklich der Neve und der hat auch gesagt Agrippina und seine Schwestern sollten als Jöttinnen verirrt werden das haben sie auch durchgetrocknet aber dann ja wird irgendeine Verschwörung ich weiß nicht mehr genau jedenfalls flüchte und kommen dann retour nach Rom dann hättet die zwei Kerlchen gibt auch welche die sagen das waren Pilze im Spiel gewesen jedenfalls die dritte Hutsig das war jetzt ganz besonders das war der Kaiser Claudius ne ja das war doch der Öhm von der Agrippina vom Agrippina und das war verboten das durfte er nicht hier oder das war ja Inzester war ja aus derselbe familie ja da haben sich die Sätze geändert ja wo alte klüngel da hängt los vielleicht die klüngel her jetzt erzählen wir noch wie hängt mit dem Namen Kölle wie kommen wir da hin ja das war ja dann hätte also der Kaiser hier hier und hätte viel gemacht und es wollte ja nicht in so einem Dorb geboren sind und da hätte durch gesatzt bei seinem Mann also Kaiser Claudius genau der soll aus dem Oppidum soll eine ähnliche Stadt machen und da ist der Name her hier kommen wird ja auch lädscher von jcc a das heißt kolonia das heißt also eine Stadt die geplant ist also eine Siedlung kolonia Claudia das ist die Familie vom Kaiser Ara das ist der Altar also in jeder ähnliche römische Stadt modet ein Altar für Jupiter Juno und Minerva wo man dann ein Offer bringen kann für römische Jötter und dann Agrippinensium und das heißt von Agrippina Lück und das ist ja bis später geblieben wenn das für Beispiel nochmal lautet da steht ob der erste Port Saka Locus der herrliche Platz von Nerebus für die von Agrippinenser Agrippinensium hat sich so lange gehalten und das lädscher Claudia von Lupo wo ja auch zu ihr vom sie haben aber auch nicht vergessen dass Agrippina fies gewesen ist aber wenn man sich das für stellt der zweite Mann weiß man nicht aber dass der dritte hat umbringen lassen ist ziemlich sicher dann hättet gedacht dann ist der Nero ist noch klein hat war der Kaiser Claudius der hat umbringen lassen ja Agrippina hat der Claudius umbringen lassen der ärme hörsch ja damit der einzige Sonne Nero Kaiser wieder kommt ja und er war ja noch klein und da hättet gedacht dann hättet sich fies am viert gefüllt nämlich der Nero der hätt ja auch sein order gehad der wollte ganz flug er rup klemmen und wollte das rial kriegen und das Agrippina ist dann auch nicht natürlich gestorben und wo begraben ist wissen wir überhaupt nicht bestimmt nicht in Kölle hätte sich na et witt zick für unser Sprachkurs Hermann mach die Signal tater et ob je pass jetz witt Kölsch liet höchst spreche ma over Ausdrück die mit Frau Lück zu tun han dat is alter echte ma seht ob Kölsch nit Frauen ma seht Frau Lück und Mann Lück ja wie wo und seht ma och dat ist ähnlich negativ einfach wenn ma sage äh wie war fast laufend ne dat klingt schön und positiv Ewa wie war kram oder wie war verzehlt sich jetzt seht ma normal besser nit usser ma mö schenke so ist ja und dann jetzt antiquiert es madame mam selcher äh wie seht ma jetzt ironisch mademche ja ja die kürt so französisch aber mir hat den gekölsch ne Ewa ist auch nicht positiv gemeint also wenn man sagt das ist so mademche das ist so eine frau die in fingen sind möcht und so ein bisschen äter pötete ist pötete pötete positiver ausdrück ewa ist komisch die sind mietzens für pens also man sät doch dann lecker oder lefje oder lecker mädchen und das ist alles für pens ähnlich ewa dat zählt ma auch für us je was a frau lück ja dann zählt ma auch nur für erwachsenen et is a lecker weh oder a lecker paket sch och vat lef oder ne stads schuss ne stramm schuss oder so jetz dat wird dann och mi erotisch ne ewa so janz neutral jetz kaum ne ausdrückt der jetz positives ö de frau seht vielleicht doch ich weiß noch eins wat dann et is staatsfraumensch dat hat allerhand positives sowieso kraft und liebhe in sich dat ist jod und wann lück sage ich bin ne kölsch mädchen da kann man mensch mal staunen die kühne alt sind wie sie welle dat sachen mensch lück die 80 und 90 jahr alt sind ich bin ne kölsch mädchen dat heisch ich bin in köln geboren und da sind sie stolz drub so ist it etwa dat mit dem alter dat ist auch mensch mal jett negatives also wenn man über de frau negativ sprechen möcht da ist miet der ausdruck alt oder alt oder so jett dabei man seht für beispiel dat ist ein schraub ja oder ein schraub also ein schraub ist natürlich ob hohrdeutsch ja ein patron die ja die mit splitter aus ein flüsch dat man möchtlich feld soldaten treffe oder jedenfalls soldaten feldfach verwundet also du merkst dat ist echt echt schlimm und fies wir brauchen auch nicht mehr immer seht man trotzdem ist ein schraub nicht für so richtig fiese frau lücken oder so für so ein fiese aal ne ja dat ist vielleicht einfachste fies in der kombination jetzt könnte man noch jans viel so schenken wird machen aber ich schlöf da bruch man extra pot klav dafür ne ja mag was man jans vergesse han schen wird die doch nance rot für gels aber dat machen wir andermal ok genau dann machen ma jetzt z signal und sage tschüss 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 tschüss